Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute ein Video mit euch, wie halt mein Tag abläuft. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Also das hier ist mein Outfit. Hier also eine Hose mit so Löchern. Hier halt auch. Und ja, und dann habe ich hier noch so ein schwarzes T-Shirt. Und dann ziehe ich mir jetzt noch schnell einen Pulli an. Und let's go! So, also ich habe jetzt diesen blauen Pulli angezogen, weil er halt einfach zur Hose passt. Und nicht wundern, wieso ich sowas anhabe, was wir halt nachher zum Duschen. Ich habe schon gegessen. Ich werde auch gestanden, dann habe ich gegessen. Dann war ich duschen und jetzt mache ich halt das Video. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal jetzt meine Haare und dann nehme ich euch mit. Maju! Maju! So! Die sind voll schwarze, sowohl sie sind, glaube ich, so schwarze. Dann kämme ich sie erstmal schön. So, jetzt bin ich auch schon fertig. Und jetzt gehe ich nach unten und mache mir so einen, ich mache mir so einen Tontee in meinem Starbaksbecher. Dann kommt mal kurz mit. Dann mach ich mal nach unten. So, dafür brauchen wir einmal den hier Tee. Den hier Becher und den hier Strohhalm. So, dann brauchen wir hier natürlich noch einen Löffel für. Der ist hier. Und damit machen wir uns jetzt erstmal hier was rein. So, jetzt mache ich noch schnell Wasser rein. Aber ich mache nie so wirklich heißes Wasser rein. Ich mache eher so lauwarmes. Der ist auf jeden Fall richtig lecker, besonders wenn man so einen schönen Becher hat. So, ich schraue mir jetzt ganz kurz den Tee weg. Ich stecke einfach immer den Löffel rein. Ich schraue da ganz schnell weg und dann komme ich. So, jetzt bin ich fertig. Falls hier im Hintergrund noch irgendwie so Wasser hat, meine kleinen Geschwister sind gerade noch in der Badewanne. So, dann mache ich jetzt erstmal meine Skincare. Nicht wundern, wenn ich hier gerade ausgucke, weil da ist gerade mein Spiegel vom Schminktöp. Also, ich fange an mit dem hier. So, damit bin ich jetzt auch schon fertig. Dann habe ich noch das hier. Habt ihr früher mal als Kind auch immer so getan? Dann, als ob ihr, also ihr habt halt gerade irgendwie sowas gespielt oder so. Und dann habt ihr die ganze Zeit halt so getan, als ob ihr so ein Video macht. Weil ich hätte das vorher so oft gemacht. Ich denke, das habt ihr auch gemacht. Und ja. Dann Wimpernzange. Dann mache ich meine Lippen. Dafür habe ich erstmal den hier. Und dann noch. Ich muss gucken, entweder benutze ich den hier, Juicy Bomb. Den Litchi. Oder halt Wassermelonen. Aber Wassermelonen ist gerade unten in meiner Jackentasche. Deswegen benutze ich jetzt einfach den hier. Kennt ihr bestimmt alle auch. Den gibt es auch in ganz verschiedenen Farben. Mein Papa hat den immer so richtig fest zugemacht. Was ist das hier auf dem Schminktisch? So. 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 so und das ist eigentlich auch schon mein make up und ja also jetzt wird noch dio und die habe ich mir schon nach dem duschen direkt aufgemacht weil ich mache das irgendwie immer dann habe ich hier entweder einmal dieses hier parfüm das ist so gut ich wollte gerade schon sagen dass so lecker und dann noch einmal das kann man mal ganz kurz über dieses packaging reden der ist eine schöne blume drauf und die ist recht schön das hat irgendwie so leicht pink aber ja ich glaube ich nehme das guck mal wenn ihr euch mal die anderen videos von mir anguckt wo ich mich geschminkt habe da hatte ich ja immer diesen und der war mal richtig schmutzig aber ich habe mir so ein sieg genommen habe ihn da so drüber gerieben und da habe ich auch spüle spüli dazu gegeben und dann also es stand halt bei uns unten beim waschbecken und da habe ich das halt noch mehr gerieben und dann ging ja so viel raus weil er jetzt halt so richtig so ist dann komme ich jetzt zu meinen haaren ich mache mich immer ganz normalen stopp ich bin so wie andere mir sie flechten sich da machen so richtig ich nehme einfach mal so ein weißes hier davon habe ich übrigens noch eins weil das war halt bei so einer nügel dabei ich habe das jetzt mal ausgetestet mit dieser nügel aber irgendwie hat das nicht so gut geklappt bei mir ich habe einen tipp für die leute die ihre haare ganz ganz schön ganz ganz schön schön haben wollen also ich hatte mir letztens ganz ganz viele tage als ich halt duschen war immer habe ich mir als spülung reingemacht danach waren meine haare am nächsten tag übelst fettig und dann habe ich mal dieses kinder shampoo benutzt wenn meine kleinen geschwister das hat nehmen und dann das ist halt shampoonspülung in einem und danach sehen die haare halt so aus wie sie jetzt aussehen ich finde die so hat übel schön und ja und wisst ihr was ich praktisch finde an meinen haaren ich muss mir keine strähnchen raus machen weil weil die voller leiden halt raus kommen ich bin mir schlicht ich bin mir schlicht So, und das ist schon mein Zopf, Zähne geputzt habe ich auch schon. Das heißt jetzt, ja, meine kleine Schwester. Meine Schwester ist ja gerade noch in der Badewanne, habe ich sie ja ganz vergessen. Deswegen mache ich jetzt erst mein Bett und halt mein Zimmer und mein Schreibtisch. Das heißt jetzt, ja, meine Schreibtisch. So, ich bin jetzt auch schon fertig mit meinem Bett. Jetzt mache ich hier halt mein Zimmer noch. Also auf jeden Fall immer mein Schreibtisch und halt mein Boden. Das heißt jetzt, ja, meine Schreibtisch. So, dann bin ich eigentlich schon fast fertig. Ja. Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Hm. Hm, was kann ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal nach unten und gucke, was ich da machen kann. Jetzt muss ich nur meine Sachen von mir wegräumen. Von der Treppe. Aha. Oh, ich mag das überhaupt nicht. Ich muss auch die Sachen von gestern von der Treppe wegräumen. Hm, hm, hm. Einmal mein anderes Puscheltier. Dann noch die Sachen von gestern. Immer dieses Wegräumen. Manometer. Oh. Jetzt gehe ich noch mal nach unten und muss wieder alles wegräumen. Ich mache es aber trotzdem. Hier ist noch mein Rucksack. Oh. Wow. Erst mal hier halt von der Treppe fallen. So, und wir tun. Ich do. Oh. Jetzt muss ich mal einen Rucksack ausräumen. Ich muss hier mal einen Haushalt machen. Dann machen wir mal einen Fahrradschuss. Das bleibt einfach drin. Flasche. Das stelle ich einfach dahin. Die kommen da hin. So. Wow, ich halbe. So, ich fülle einfach einfach raus. Tschuldig. So, und das stelle ich einfach hier hin. So, ich weiß nicht. Wir waren gestern im Deichmann. Ich muss euch unbedingt was zeigen. Diese hier grüne Schuhe. Und ihr seht ja hier diesen Absatz, ne? Und wir fahren ja bald Urlaub in den Sommerferien. Also noch 8,5. Und da sind halt auch Achterbahnen und so. Und da darf man ganz, ganz viele Achterbahnen. Ich weiß gar nicht, was viele. Aber da darf man auch Achterbahnen ab 1,40. Und weil ich noch nicht 1,40 war, sondern erst so 1,39, haben diese Schuhe einen so großen Absatz, dass ich einfach 1,41 bin. Das heißt, ich darf auch die Achterbahnen ab 1,40 fahren. So kann ich hier reinkommen. So sehen die aus. Also ich ziehe mal ganz kurz den anderen Schuh an. Ja. So sehen die auf jeden Fall aus. Die passen auch richtig gut zur Hose. Ich hatte die Hose noch anscheinend mit den Schuhen. Weil wir haben die ja erstens dann geholt. Und die Hose habe ich auch noch nicht so lange. Deswegen, also ich finde die richtig schön. Teilchen auf jeden Fall empfehlen. Und die sind halt recht bequem. Und ja. So, ich brei erst kurz die Pampers. Und den ganzen Müll da weg. Und dann komme ich wieder. Da hat der erst mal wieder eine Stunde gebraucht mit dem Ding. Weil ich schon schnell rausbekommen habe. So, Pampers. Furz stinken. So, schon fertig. So, ich habe keine Ahnung. Doch, der Stopp sogar ist hier oben. Ich bring den runter. Das stört mich. Ich mache Roller ein bisschen runter. Warte, ich bin nicht mehr. Ah. Falls ihr nichts gemacht habt, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und ich muss euch was zeigen. Das hatten wir bestimmt früher auch immer gemacht. Ich habe mir früher mal die ganzen Stücke-Schule von meiner Mama genommen. Und die dann so angezogen. Dann sah es immer so aus. Ja. Das war voll. Ja. Kindheit. Ich sehe, wo ich es richtig dumm finde. Guck mal, hier ist ja das Ding. Also das ist ja oben. Das muss eigentlich immer rund sein. Und das Bild ist immer herum. Krass. Ich habe keine Ahnung. was ich jetzt machen will. Schule? Nein. Arbeiten? Nein. Ich gucke einfach hinten. Also immer fallen mir langweilig. Ich gucke einfach hinten. Warte, ich hole das mal. Und dann gucke ich jetzt erst mal. Tschüssi. Später. So, ich bin jetzt auch schon fertig. Und ich würde sagen, ich glaube, ich gehe sogar gleich ein bisschen raus. Weil eigentlich ist da eigentlich ganz schönes Wetter. Ich glaube, ich gehe auch ein bisschen Rollschuh fahren. Und da würde ich sagen, nehme ich euch auch mit. Und dann würde ich sagen, ja. Gehe ich jetzt mal los. Ich frage mal ganz schnell, ob ich raus kann. Oder ob wir irgendwas vorhaben jetzt halt. So, also ich gehe jetzt raus. Ich brauche kurz meine Rollschuhe von hier unten. Erster. Und noch den zweiten. Opa. So, warte. Brauche ich einmal. Oh, wie soll ich jetzt die Tür aufmachen? Aber. Gut, gut, gut. So, da. Nicht wundern, mein Papa staubt auch gerade noch. Ich ziehe mir lieber ganz schnell an. So, ab nach draußen. Gut. 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 Das war's für heute. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich rufe gleich Jolien an und dann frage ich sie, ob sie zu mir kommen will. Und dann können wir halt zusammen was machen. So, wir rufen Jolien jetzt an. So, anrufen. Ja, so. Ja, Jolien, weißt du was? Ich mache gerade ein Video und im Video hört man gerade deinen Anruf. Echt? Ja, sag mal Hallo. Hallo Leute, wirst du gehen? Okay, dann frage ich mal ganz kurz. So, also wir haben gerade telefoniert und wir haben abgemacht, dass sie bei mir der Panda sind. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und dann gehe ich halt zu denen und dann, ich gucke mal, ob ich euch mitnehmen kann oder nicht. Aber ich denke schon. So, ich habe gerade eben noch ein bisschen was geguckt und mein Papa war joggen. Und jetzt essen wir manche. Also, machen wir die und danach essen wir sie. Sag mal Hallo. So, dann decke ich jetzt schon mal den Tisch und dann können wir, wenn die manche schon fertig sind, dann können wir auch essen. Also, brauchen wir drei große Teller und einen kleinen, weil Sarah ist gerade auf dem Geburtstag und ja, die ist halt am Mittag. So, jetzt brauchen wir noch Messer und Gabel. Dann die Sachen. So, jetzt brauchen wir einmal ein Becher. Ein Glas steht ja schon. Und dann brauchen wir noch zwei. Jetzt hole ich noch schnell die Soßen und so. Sie sag mal Hallo. Ich auch. Okay. Hallo. Boah, ich habe schon so Hunger. So, also das Essen ist jetzt fertig. Und dann essen wir und dann so habe ich so bestimmt so 15 Minuten habe ich so ungefähr Zeit zu essen und dann fahre ich dann zu gucken. Also so sehen die auf jeden Fall schon mal aus. Papa schmecken die. Scheinen auf jeden Fall fertig zu sein, das ist die Hauptsache. Und hier sind noch die Zwiebeln. Die Zwiebeln, die ich nicht essen werde. Wir machen jetzt was wirklich cooles. Also ich habe jetzt hier die Mante. Und lassen das so gut wie die Bissen manche, die man nicht machen kann. Und lassen das so gut wie die Bissen manche, die man nicht machen kann. Ich habe jetzt hier nochmal und ich habe immer wieder auf jeden Fall laptops. Ich esse jetzt und dann sehen wir es euch wieder. So, ich bin fertig, bringe ich dann meinen Teller weg und dann gucke ich schon mal, welche Sachen ich mitnehme. So, ich bin jetzt bei Jolien angekommen und dann würde ich sagen, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ah ja, wir machen jetzt noch einen Short. Ihr kennt mich aber, wenn ihr das Video jetzt guckt, dann müsst ihr auf meinen Kanal gucken, damit ihr das sehen könnt. Also, das Video, ich sage euch einen Tipp, es hat was mit dem Video zu tun. Es hat was mit diesem Schild hier zu tun, mit diesem wunderbaren Schild, was ich gebastelt habe. So, und das war es jetzt auf jeden Fall. Gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, vergleiche mich die Glocke, damit ich keine Wartezeit. Und mein Betrautung. Ja. Okay, das war es dann. Bye.